Warte mal, ich war hier, oder war ich letztes Mal nicht drin? Oh, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich gehe jetzt mal hier gucken. Ein bisschen erkunden. Hier ist nichts. Nichts. Betet einer, beweist der Eintracht, dass es wieder irgendein, irgendein, äh, wie heißt das Ding? Covenant, hier, äh, Pakt für irgendein... Wie heißt denn der Dreck? Nochmal. Eid, genau, Eid. Ich sehe dich. Ach, scheiße. Vielleicht bringt es mehr, wenn ich hier diesen mache. Wie ein richtiges Samurai. Schau mal an. Schicke Knochensplitter. Ah, guck mal, da ist das. Da hinten ist die Kathedrale, glaube ich. Müssen wir dann auch nicht das... Oh, ha. Das ist ein Schloss. Sieht ja das Schloss richtig mickrig aus. Ich glaube, dass der Blutungseffekt lohnt sich nur wirklich bei Gegnern, die auch länger leben. Alter. Alter. Alter, 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 Alter. Äh, 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 äh. Whoa. Oh. Widerliche... Was sind das für Missgestalten immer? Sind das Hunde mit irgendwelchen... Menschen-Skelett-Köpfen? Das sind richtige, das sind richtige Bastarde So, das benutze ich jetzt einfach Ist mir egal Hau rein in den Dreck Was ist das denn hier? Was gibt es denn da unten? Gibt es da was? Ich sehe, wo du langläufst Komm, Headshot Ja Wer nicht will, der hat doch schon Was sollen wir denn da tun? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier tun soll Ich soll, achso, ich kann hier runter Ich habe die Treppe hier nicht gesehen Blutiger Hedlstein Achso, das ist direkt Kill oder was? Doppelschwerer Angriff Komm schon Machen wir es halt auf meine Art Ich höre doch Warte mal Bevor ich da hochgehe und da irgendein Scheiß passiert Hä? Noch so ein Ding Ich glaube, von oben kann ich besser Die, die oben stehen treffen Oh Gott Okay Da hinten Da ist Ich habe es gesehen Ich habe es gesehen Die Frage ist, warum sollte ich nach da hinten gehen? Ich will nicht Aber hier will ich auch nicht unbedingt Ach komm Oha Achso, das Ah, okay Das ist hier unten Ich höre was glitzern Hier nicht mehr Nur hier Könnte auch da oben sein Da komme ich wahrscheinlich jetzt aktuell nicht hin Oder ist es mal hier unten? Ah, stirb Du Bastard Oh Mann, das war das doch, oder? Oh, blutige Waffe Was? Backstab Hm Wenn es mal etwas mehr Reichweite sein darf Schade Sieht ja hart verdächtig aus Manchmal Oh Sieh mal einer an Bringt das mehr, wenn ich mehrere Edelsteine? Ne, das geht glaube ich nicht, oder? Da kann ich mehrere Steine Auf eine und dieselbe Waffe machen? Ich glaube es ist keine Was ist das denn? Bist du am Leben? Bäh 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 Das ist ja wie bei The Thing Alter Okay, nein Die sind über Ach so Das ist hier Das ist hier Da ist es gut zu wissen Ah, es sieht schon Ich muss sagen, es sieht schon sehr gut aus Sehr gut Nicht die Viecher schon wieder Äh Leute Was ist das? Was haben die Entwickler gemacht? Das ist ja Boah, das ist ja krank, ey Weißt du, die anderen haben so ein bisschen Weißt du, so ein Fantasy Mystischen Touch irgendwie Und dann kommen diese Diese Und Was ist das? Uah Uah Fertile Warte, sieh Secret way Ne Geht's nicht weiter Oh, grüne Blüte Die sollte ich vielleicht auch mal benutzen Gerade im Boss-Fight Und sowas Ist vielleicht nicht verkehrt Was ist das? Helikopter-Landeform Landeplattform Bitte sehr Was ist denn das hier? Ich sehe einen Durchgang Oder auch nicht Hä Gibt's da unten irgendwas? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen Ich habe Angst Oh Leuchtfeuer Was ein Glück Warum ist das hier so dunkel? Die Fackeln Was ist das? Die Fackeln bringen gar nichts Ach, nicht schon wieder irgendwelche Katakomben, ey Ich gehe erstmal da oben lang Da gab's noch einen Weg Von Katakomben habe ich eigentlich erstmal genug Hier ging's irgendwann noch rechts rein Genau Schön durchs Abwasser durch Jawohl Das ist voll Das ist voll mit denen Boah, das sieht so widerlich aus Das kann man gar nicht beschreiben Alter Äh, da ist ja noch einer Kann man die backstab? Nee Alter Alter Ich probier's nochmal Das sieht nicht so Oh, toll Sowas finde ich hier, weißt du? Viel Ich sehe dich Okay, das sind ein paar Oh Gott Die Frage ist Warum haben die hier zu 18 gehockt gerade? Wie ist ja schon wartet? Die haben nicht mal ein Gesicht Die sind so Boah Exkrementen Ach Toll Das dürfen wir auch wieder der Alten geben Weißt du? Schön die scheiße bedeckte Asche So wie es das gehört Nice Estesu Ha, was ist hier los? Black Knight Oh Black Knight Oh Oh Black Knight Oh Oh Black Knight Oh Oops Oh fuck Das blitz Joe Göttlicher Segen Kann der was? Und halt leiden Vollständig Das äh Muss ich mir merken Huh Was ein Bastard Was? Ohne Scheiß Nee Einfach nee Alter, das sind Ah, das sind Drachentöterpfeile Einmal schön durchs Herz Durch so So muss sein Kommt dann meine kleinen Pupsfeile Zwei Stück sogar Das äh Ist sehr großzügig Von dir Alter So machen wir das Bei uns Ey Hat der alles auf seinem Verdammten Schwert Oder was Gibt's Ja Drachentöter Das gute Stück Passiert da noch irgendwas Oder war es das schon? Ach, guck mal Drei echte Kisten Puh Sieh mal einer an Smaug's Hammer Smaug's Hammer Ach, eine wahre Pracht Von einem Äh Von einer Waffe Die würde ich echt Gern mal ausprobieren Aber Ich weiß nicht Ob ich jemals 45 Ups 45 Stärke erreichen werde Vielleicht Neu Spiel Plus Habe ich mir gerade Eine Erfrierung Geholt Echt jetzt Hör Ho Wird nicht denn jetzt Gelendet Hä Ist das nicht wieder der Ne Warte mal Kann ja nicht der Anfang Sein Ah, das sind wieder diese Bastardhunde Och, was ist denn das jetzt? Weißt du, während ich hier kaputt gemacht werde Von verdammten Och, ein verdammter Magier Echt jetzt? Nein, nein, ist nicht gut Nein, 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 nein Alter, was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott Fuck Okay, das schwert, also Nur bei großen Gegnern Und jetzt muss ich da nochmal durch Echt jetzt? Okay, jetzt ist das Ganze jetzt einfach mal wieder ab Ein bisschen Also die sehen würde ich jetzt ungern verlieren Tatsächlich Weil das waren schon ein paar tausend Ein paar zehntausend Muss ich auch mal bald wieder abgeben Weil ich hab wieder zwei Splitter Also zwei Knochensplitter Alter, wo kommt die denn her? Hallo Friedeibel Das ist wieder Bringt jetzt aber nichts mehr, oder? Ich hab gehofft, vielleicht gibt's mir Glut, aber Nee Nee Nee, das gibt keinen Sinn irgendwie Also Och, jetzt ist die Geschichte hier wieder Nee, ist weg Was ist mit dem da oben? Ist auch Oh ja Weg ist weg Der hat sich dieses Bild hier angestarrt War ja klar Typisch Okay, wo ist er? Kommt der jetzt nicht mehr, oder? Ach nee Ich hasse diese Dinge Trink, 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 trink Das gibt's nicht Missgeburten Ey Ah Komm schon Hab das jetzt Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.